Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Wir sind hier bei den Schnee-Leoparden und ja, beim letzten Mal haben wir uns ja die Koalas angeschaut. Die brauchten ja ein schönes Gehege und da machen wir auch nachher noch weiter. Die streichelt sich, oder? Oh, jetzt haben wir es verpasst, aber von Weitem haben wir was gesehen. Okay, was wird es denn jetzt? Okay, also du kannst aber hochspringen. Okay, okay, okay. Na, bis ein bisschen kratzen. Oh, du siehst aber zerschunden aus. Ich mache mal Licht an. Hm, wie viele haben wir denn? Wir haben zwei Stück hier drin und die ist schon wieder schwanger. Okay, gut. Ja, man muss ein bisschen gucken hier. Ich glaube hier im Zoo müssen wir auch so langsam mal so machen, dass nicht jedes Tier Nachwuchs bekommen kann. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Na, ich glaube, bei denen ist es noch relativ schnuppe. Die Gorillas, die können ruhig einige hier drin haben. Hungrig, oh je. Das ist aber nicht so cool. Na gut. Da wird ein Lama in alter Schwäche sterben. Wir gucken mal hier weiter. Bildung. Aha, erhöht ihr den Bildungswert zur Tierart blauer Pfau auf 5%. Okay, ich drücke mal ganz schnell Pause. Jetzt habe ich es verpasst. Mensch, wie schnell aber auch der Januar jetzt kam. Ich habe nämlich hier die Tiergesprächsdinger verändert. Das hätte eigentlich im Januar einer da sein sollen. Es war eben noch Ende November, wo ich angefangen habe. Okay, hier ist jetzt keiner mehr. Das war der Januar gewesen. Wir haben aber noch den Februar. Ich hoffe, das klappt. Wieso rennst denn du jetzt da rein? Tja, sie tut es auch wahrscheinlich, weil sie es einfach kann. Du kannst hier nicht einfach rein. Guck doch mal. Mitarbeiter wie ich. Naja, egal. Okay, was soll's. Jetzt hoffe ich mal, dass hier auch gleich einer kommt. Was habe ich gesagt? Februar, ne? Ja. Und es ist ja einer zugeteilt. Wir können ja auch mal gucken, ob wir den nicht einfach grapschen und hier hinsetzen. Weil das mit dem Tiergespräch möchte ich ja jetzt wirklich gern mal sehen. Ja. Da bin ich ganz heiß drauf sozusagen. Ich würde das wirklich mir gern angucken. Du bist im Pausenraum. Ihr seid auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Dafür, dass ihr nur einmal im Jahr arbeitet. Hm. Okay, du kannst mal dich ein bisschen upgraden. Ich weiß ja nicht, ob das was ausmacht. Aber wir können jetzt hier den nicht einfach holen. Wir müssen so machen, wir müssen hingehen. So, hier. Und jetzt hier bei M. Genau, jetzt holen wir dich einfach mal da raus. Und setzen dich hier hin. Genau, geh zu einem Tiergespräch. Das ist wunderbar. Ja, jetzt geht's los. Jetzt schon? Wir haben noch kein Februar. Ach, du stehst jetzt in den Startlöchern. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Los geht's. Gleich. Oh, da kommen schon die Leute. Oh, ihr solltet vielleicht vorher reingehen aufs Klo. Cool, es geht los. Ja, die Gehäcke ausstatten und alles andere, dekorieren, pflanzen, setzen, ist natürlich auch super wichtig. Und macht auch viel Spaß. Aber das da müssen wir uns natürlich jetzt mal anschauen. Genau, so macht der V. Ja. Ihr müsst euch die Kusche reinziehen. Das ist ja super witzig. Ich mach mal die falsche Taste, Mensch, mal her. Ja, so geht das. Und so sind die weißen Faunen entstanden. Da kam eine Fee angehüpft und gab ihnen was anderes zu fressen. So wie ich jetzt. Sehr gut, doch. Ja, sehr gut. Ihr habt noch Donuts am Arm. Wow. Muss ich auch mal ausprobieren, ob die bei mir an den Arm passen. Ich glaub nicht. Ich glaub, ich hab dann zwei Donuts. Hälften. Ja, okay. Oh, ich weiß nicht. Soll ich essen? Ich deck's lieber wieder ein. Oh, das ruht sich wieder an meinen Arm. Wo kommen denn die Faunen? Wir haben die schon gegessen. Wollt ihr nicht was essen? Ich mag die Ecke hier mit diesem, ja, Glas-Tempel à la Fresula. Ah, da kommt einer. Ja, schön ist, haben wir das auch mitbekommen. Und du hast gebraucht bis März. Uh. Das ist natürlich was. Und jetzt könnt ihr alle hier reingehen. Genau. Gute Idee. Hey, waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ich glaub, es regnet bald. Was haben wir denn hier mit den Läden eigentlich gemacht? Wir können... Oh, die haben hier neue Schildchen hier. Cool. Bediente Kunden gewinnen in diesem Zeitraum. Cool. Na, der Gewinn ist mal nicht so übel. Wir haben das schon angepasst, okay. Viele Streusel. Natürlich. Ja. Eine Jumbo-Schachtel. Ich würde sagen, da machen wir 16 draus. Eine große. Hm, da können wir 13 nehmen. Ich weiß, wir haben es schon mal erhöht, aber naja. So ist das nun mal. So, Gapi Wassermelone. Gapi Zero. Hm, machen wir mal auf 6. Und das auf 6. Äh, 50. Ne, nicht auf 10. 6 Punkt. Aha. Machen wir nochmal 6 Komma. Ne, Komma nimmt der nicht. Der nimmt irgendwie nur den Punkt. Na gut. Ja, vielleicht. 40. Ja, wir müssen halt, ne. So ist das halt. Wir müssen halt hier die Moneten fliegen lassen, sozusagen. Gut. Dann ist das ja gar nicht schlimm, dass hier hinten keine Dekoration ist. Ja, dann kann man das ja erstmal so lassen. So, wir gucken mal. Wo gehen wir denn hin? Wir können mal kurz bei den Ameisenbären vorbeischauen und bei den Ypsala Kapuziner-Äffchen. Einfach mal so. Hier ist auch noch alles ganz. So, und hier? Da holen wir doch die Salami raus. Ja, ich weiß, da steht Salama, aber egal. Eine Froschsalami. Naja, nee. Nein. Nein. Oh, guck mal, was ich hier vergessen hab. Da hängen die Dinger ja noch sonst wo. Warte, machen wir das mal gerade. Nach oben. Sehr gut. Danke, dass ihr mir die Tür aufmacht. Das ist ja wunderprächtig. Das sieht doch hübsch aus hier. Wie viele Tiere haben wir denn hier dran? Ach, Kapuzineraffen. Ich glaub, da könnten auch sehr viele rein. Hm, vielleicht kaufen wir noch eins. Wo haben wir denn so viele Punkte her? Ja, 2000? Hab ich irgendwas verpasst? Ähm, gut. Drei Ameisenbären. Da haben wir ja hier ein Weibchen. Was sollten wir Jolanda verscherbeln? Ah, nee, geht nicht. Freilassen geht nicht. Schade. Äh, aber die Katharina vielleicht. Die kommt mal ins Handelszentrum. Bis die zwei vielleicht verstorben sind, würde ich mal behaupten. So, und wie ist es mit dir hier? Javier. Ich gucke mal ein bisschen, ne? Na, hast du Hunger? Hm, schlapper, schlapper, schlapper. Ein Stück Würfelgurke, oder was? Gewürfelte Gurke? Das ist bestimmt Gurke. Wo ist der jetzt hin? Der ist einfach drüber gesprungen. Ah, so was. Äh, wo kommt denn bei dir das Zeug raus? Ich glaube, wir gehen doch mal woanders hin. Und der frisst wieder ein Art Carlos Jungtier. Ja, schön. Na, ihr seid echt. Okay, wir gucken mal schnell, ähm, ob wir noch einen finden. Oh, hier haben wir noch Thompson-Kazellen. Ja, ja. Aber diesmal gehen wir mal zielstrebig auf die Kapuzineräffchen zu. Achso, die haben ja noch einen Namen vorher. Ah, jetzt muss ich gucken. Weißschwanz, oder? Nee, weiß Schulter. Okay, gut. Ja, ein Pfergelchen. Gehen wir mal ganz runter. Weißschwanz, weiß Schulter, Kapuziner, Affe. So. Gucken wir mal, wie siehst du aus? Mhm. Okay. Na, Sylvia. Ui, ui, ui. Angel. Zehntausend? Ja, du weißt wohl auch, dass hier nicht viel los ist mit mir guten Gehen, ne? Ich glaube, wir nehmen dich. Ja, für Geld. Na, komm mal hier rein. Conseja. Na, der Name ist wohl sehr beliebt im Moment hier. Haben wir nicht auch eine Schildkröten-Lady, die so heißt? So, der Marco, der kommt, glaube ich, später rein. Ja, ihr habt es gerade gesehen, oder? Ich hatte nämlich schon ein Koala-Weibchen gekauft. Wir drücken auch mal Pause. Weil die setzen wir jetzt natürlich auch ins Gehege rein. Wir eilen. Ja. Hier müssen ja noch ein paar Sachen hin, ein paar Steinchen und so. Oh lala. Und wir gucken mal gerade. Ist er hier drin? Ne, aber da liegt was. Er hat was hinterlassen. Das heißt, er kann auf jeden Fall hier reingehen. Ja. Oh lala. So. Gut, dann holen wir doch mal die Lady hier rein. So. Sophie. Mit Quarantäne vielleicht. Oha, wo ist denn die hier? Oh, ne, ich glaube, wir machen das mal ohne. Und dann gucke ich mal, wo wir hier eine haben. Ist ja auch mal wichtig zu wissen. Wo haben wir denn hier die nächste Quarantäne? So. Haben wir hier eine? Ich glaube nicht, ne? Oh, falsche. Kameraführung. Ne, hier ist keine Quarantäne. Techniker. Haben wir das überhaupt irgendwo reingemacht? Also ich. Ich muss mal gucken. Arbeitsbereiche, genau. Gondel und Dingsbums. Schimpansen, Pandas, Nationen von Afrika. Schneeleos und Gorillas. Okay, ich würde sagen, die sind in keinem Arbeitsbereich. Ja, wir könnten die hier mit reintun. Das geht. Das geht wunderbar, glaube ich. Ja, das sind die drei hier so. Im Eck. Und dann klappt das. Es war doch hier letztens noch irgendwo was rot gewesen. Habe ich das schon irgendwo reingemacht? Das war, glaube ich, hier was, ne? Es ist schon drin, okay. Ich habe da anscheinend schon was gemacht. Gut, dann hat sich das ja erledigt. Wie viel Mitarbeiter haben wir denn hier drin? Wir haben einen Arzt. Ich würde sagen, das ist so ein wunderschönes Bild. Säubert ein Gehege. Ja. Da wird jemand Nachwuchs haben. Was gibt es hier noch so? Oh, Tier verstorben. Linnea, du warst echt lange hier. Was ist mit deinem Hals passiert? Ich glaube, sie ist erstickt. Da kommt schon ein Fliegen. Nein. Äh. Dann. Nein, weg. Wir gehen, wir gehen. Wir wollen das nicht sehen. Ach so. Stimmt. Ich wollte ja mal gucken, ob wir hier noch andere Tiere reinmachen können. Wir haben ja jetzt quasi zwei Arten hier drin. Und da könnten aber noch mehr rein. Wir könnten vielleicht irgendeine andere Art noch mit reinnehmen, ja. Ähm. Was könnten wir nehmen? Was ist hier? Oh, die Schildkröten. Und da hat jemand Hunger. Ja, wir müssen uns erst mal hier drum kümmern, also. Man kann wieder nicht alles auf einmal machen. Ja, ich glaube, das sind eine der ähm. Eine der wenigen Gehege. Ja, Aktivisten sind wieder da. Die keinen eigenen Teich haben. Sollen wir es so lassen? Sollen wir mal eins ohne machen? Ich meine, hier wäre noch Platz. Na, für so einen kleinen Tümpel. Aber ich glaube, die schwimmen sowieso nicht. Kann ich mir es mal nicht vorstellen. Na gut. Wir holen mal einen zweiten Tierpfleger, genau. Du kommst mal hier hin. Fräulein. Achso, dass hier kein Feld aufgetaucht war. Ist wohl ein Bug. Da müssen wir jetzt wohl warten. Kann auch sein, dass er jetzt behoben wurde, weil ich glaube, es gab vorhin ein kurzes Update. Ja. Also, die hängt nur rum. Die kommt jetzt natürlich in den Arbeitsbereich. Den wir hier angelegt haben. Also, den wir hier haben. Schneelius und Gorillas. Dann mal viel Spaß mit deiner neuen Arbeit. So, die haben immer noch hungrig. Die haben hungrig, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit... Ach, lass mal die nachher gerade durchlaufen. Ach, hier können die rein, genau. Das wollte ich ja mal wissen jetzt. Mit Gesichtserkennung hier. Ja, überprüf du mal schön. Sieht auch gut aus von unten. Ja. Hier ist es ziemlich dunkel. Wir können hier natürlich auch dann auch Licht reinstellen. Das machen wir dann. Ich glaube, wir sollten hier noch eine Schnabulenzia-Hütte hinstellen, dass die Tierpfleger nicht so weit brauchen, nicht so weit laufen müssen. Nicht so weit brauchen laufen. Also, ja. Aber ihr hättet es verstanden. Ja. Bin ich mir sehr sicher. Da ist sie ja, die Kleine, genau. Oder wir holen eine Große. Vielleicht holen sie die auch für die Schimpansen. Hm. Warte mal. Ich gucke mal gerade, wo die andere ist. Die müsste eigentlich hier sein. Und da haben wir eine Große, oder? Nee, da haben wir auch nur eine Kleine. Oha. Na dann ist klar, dass die vielleicht hungrig sind. Was haben wir hier? Da ist keine. Okay, dann machen wir hier auf jeden Fall eine eine Große oder Kleine hin. Hm. Ich glaube, wir machen eine Kleine hier hin. Na, so. Okay. Was war das denn? Okay. Ja, dann tun wir hier eine Große hinsetzen. Na, wo setzen wir die jetzt hin? Das haben wir hier natürlich so schön verteilt. Du gehst jetzt hier rein, oder? Was tust du? Bereitet Futter für Koala. Ja, jetzt bist du so weit gelaufen. Tut mir echt leid. So, hier haben wir die Großen. Hier haben wir den schönen Baum noch stehen, ne? Ja gut, eigentlich ist es ja fast egal, weil wir müssen ja hier eh noch irgendwann ein großes Gebäude hinsetzen. Hier ist einfach Hunger, ne? Wenn das nicht der Koala ist, ne? Kopieren wir bitte mal. Ja. Nee, das ist hier hinten. Doch. Xavier ist auch einfach Hunger. Oh je, oh je. Oh, guck mal, in der Palme hängst du auch. Oh, ausgehungert sogar. Oh mein Gott. Hilfe. Das hätte man dann wohl ein bisschen früher machen müssen. Ich hoffe, Xavier stirbt nicht an meiner Unfähigkeit, hier mal ein bisschen... Ein bisschen schneller zu machen. Oh je, oh je. Du schaffst es. Tier ist entkommen. Ach, du schon wieder. Ja, der ist wieder durch die Wand gebackt. Ich geh jetzt nicht hingucken, ausnahmsweise. Oh, wir sehen gar nichts. Hallo, Xavier. Bisschen Rinde lutschen in der Zwischenzeit, hm? Naja, ist auch kein Trost, ne? Was stand da von Sophie? Hä? Das Bett ist ja auch so schlecht. Wieso? Kein Platz. Ne, Moment mal. Wir gucken mal. Guck mal, ihr habt hier Futter. Oh, haben wir euch erforscht. Oh, man muss hier wieder so viel machen. Ich gucke. Äh, Veterinärsforschung. Da haben wir ja fast alles. Oh, habt ihr das Bild geupdatet? Schön. Ja, vorher war ja ein Lama mit weißem Fell drauf. Da gab es ja noch keine mit Punkten. Ach, ich habe schon gedrückt. Sehr gut. So, was war mit dem Vivarientier? Das ist jetzt nicht mehr am Anfang mal. Okay. Ja, komm schnell futtern. Was gibt es denn hier? Oh. Ist eure Gruppe vielleicht doch... Nee, es waren nur drei oder so oder vier, was ihr sein dürftet. Jetzt fühlst du dich wohl, hm? Na, da muss man erstmal hier auf X gehen. Das geht das nicht. Na? So viel. Jetzt aber auf hier, ne? Schön schnappeln. Wie die sitzen, ne? Oh, dann guckt dann hier der Nachwuchs dann raus. Ich hoffe doch sehr. Wie der wackelt. Bing, 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 bing. Cool. Ach, schön. Ja, mit einem Hubs sind sie im Mund, ne? Ach, sind die knuffig, ey. Voll die Flauschis. Ja, aber jetzt müssen wir mal gucken, was mit euch hier los ist. Kann ja nicht sein, dass ihr verschiedene Unterschliffe braucht, oder? Wir gucken mal. Pflanzen ist in Ordnung. Rückzugsort. Ah, Kletterfläche. Oh, ja, stimmt. Das war ja beim letzten Mal schon. Aber auf die Palmen könnt ihr gehen. Aber wir können euch ja solche Kletterzeugen stellen hier. Habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gemacht. War das bei, ne, bei Bau, ne? Ne, bei Gehege gibt's die Dinge. Glaub ich. Wir gucken. Ja, doch, hier sind sie doch. Hier gibt's Fertige. Hä? Wie klingt denn das hier? Na gut. Also ich habe gedacht, wir könnten hier was bauen, wo die auch hier rausklettern können. Ja, habe ich nur wieder vergessen. Voll normal. So. Na, das geht so. Wir haben hier ein bisschen Platz. Gut, gehen wir nochmal ins Gehege. Keine Baupläne. Ist das bei Lebensqualität dabei? Ja. So, hier haben wir eine Ramp. Okay, das abräumt man nicht. Das ist aber winzig. Oh, der ist gut, hä? Ich glaube, der ist gut. Oh, der ist ein bisschen groß vielleicht. Okay, der ist nicht ganz so gut. Vier Meter, der ist besser. Gut, dann drehen wir den mal. Ja, das machen wir freie Hand hier. So. Gut. So, und jetzt mal kopieren. Ach so. Können die natürlich ja auch nebeneinander machen. Gibt es dann zwei. So ungefähr. Es muss nicht ganz presseinander sein. Die können ja auf einem einfach laufen. Gut, dann machen wir mal weiter. Oh, naja, jetzt wollte ich eigentlich mit Y drehen. Na gut, dann machen wir das halt so. Das geht auch wunderbar. Hoffe ich mal. Ja, das geht locker, das da. Einfach so zum Entspannen hier, ne? Habe ich mal so gedacht. Und jetzt bräuchten wir sowas, genau. Das ist zum Stabilisieren. Da könnt ihr natürlich auch hochklettern. Das geht natürlich auch. Mal vier Meter Stück. Oh, zu lange in der Transportbox. Ich drück mal Pause. da kümmern wir uns gleich drum. Oder später. So. Das klappt doch gut. Fast. Okay. Hm. Vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, der Winkel... Ah, es ist ein bisschen blöd natürlich jetzt, ne? Wie ich hier hin und her schwenke. Aber gut. Ich glaube, der Winkel... Ach so, muss ich mit dem machen. Ist noch ein bisschen doof. Weltachse. Ja, danke. Da haben wir nämlich das Akkurate oben und unten. Nicht das Schiefe. Die Achse vom Objekt. So, das müsste jetzt eigentlich ganz gut klappen. Hier könnten wir eigentlich einfach das Gelände ein bisschen erhöhen. Ah, bitte nicht so krass. 20 Prozent. Oh je. Aber locker mal. Zwei oder drei nur, ne? Ja, reicht locker. Sehr gut. Ja, heute kommt kein Speed-Bild. Ich hoffe ja mal, die gefallen euch auch. Also, ich finde das immer eigentlich ganz, ganz hübsch. Wenn man manchmal einfach ein bisschen zugucken kann. Und muss da nicht so lange warten. Hat halt alles Vor- und Nachteile. So. Mal das mal... Nee, nee. Es war eins zu viel. Genau. Drehen wir das auch mal runter. So. Warte mal, das ist... Ja, genau, das ist richtig. Das ist hoch. So. Oh, hä? Was ist das denn? Weltachse, bitte. Danke. Ja, irgendwie so, oder? Das geht. Das funktioniert schon. So, kopieren. Mit STRG und X. Also Steuerung und X. Dann kann man dann den Winkel direkt nach unten schieben. Das ist eigentlich ganz gut so. Und das da... Ja. Möchte ich eigentlich hier noch haben. Ja, und dann können wir ja mal schauen, wie es mit der Kletterfläche... Ach so, nee, das da brummert gar nicht. Könnten wir aber hier vielleicht... ...als Stabilisierung nehmen. Auch wenn ich weiß, dass die dann da hochkraxeln werden. Und das vielleicht nicht so schön aussieht. Vielleicht mache ich es einfach nebendran. Ja, es ist verschraubt. Da können sie sich hier aufhalten. Wir können ja mal nach Spielzeug gucken. So, Filter. Koalas. Da. Hm, das Mobile. Oder das Schnüffelding. Gut, da würde ich sagen, machen wir mal das Schnüffelding dahin. Und... Oh, guck mal. Ein Windspiel. Ja, da habt ihr auf jeden Fall mal Spielzeug. Dann geht es euch auch gleich wahrscheinlich ganz gut. Oh. Ach nee, dann schwebt das andere auch in der Luft. Na, nochmal zurück. Oh, eins zu vorn. Genau. So. Der Baum kommt natürlich auch noch mal rein. In den Boden. Ja. Ja, ist doch hübsch. So, was war hier noch? Zu lange. Außerhalb. Echt. Okay, hätte man doch mal geguckt, hä? Verlegen natürlich. Oh je. Rico, was tust du? Das ist hier. Tapiere. Wie bist denn du da hingekommen? Bist du geflogen, Rico? Bist du jetzt abgeholt, oder was? Ja. Ich nehme es mal an. Ich hoffe, er ist sehr. Ja. Ich hoffe, da kommt gleich einer. Balzimata. Wo bleibt denn jetzt hier jemand? Oh, wir haben noch einen festsitzenden Demonstranten. Oder was? Immer noch wegen denen, aber denen geht es doch jetzt besser. Das ist also jetzt auch schon verschimmelt, oder? Ja, ja. Tierpfleger rufen. Wir haben ja jetzt zwei hier drin. Da kommt einer, oder? Ja. Dankeschön. Ja. Bring mal schnell. Ei, ei, ei. Und du, wo gehst du hin? Ja, wir gucken mal bei den Koalas. Ja, was hier alles los ist, ne? Ja, das hat... Mit was hat es zu tun? Weiß ich nicht. Vielleicht mit dem Patch? Ich meine, vorher sind sie so ein bisschen durchgepackt, aber waren dann immer wieder im Gehege drin, die Tapiere. Naja, gut. Also, wie sieht es denn jetzt aus mit eurem Glitterzeug? Wo seid ihr denn? Da. Ah, sieht schon besser aus, ne? Wir gucken. Oh, schön. Das reicht wirklich. Wir könnten aber noch ein paar von den Dingern bauen. So. Lebensqualität. Futterbeschäftigung habt ihr keine. Ich weiß gar nicht, ob wir Wäsche haben. Nee, haben wir nix. Wir haben keine Futterbeschäftigung. Naja, dann kommt die wahrscheinlich noch. Wir könnten hier das Mobile hinmachen. Das war jetzt laut, oder? Wasseraufbereitung hat versagt. Und da... Wo sind wir denn jetzt? Hier? Hallo. Jemand wird sterben. An Altersschwäche stand da. Lass doch mal. Lass doch mal. Richtig schreiben muss man auch. Oh, Mandy ist hungrig. Tierpfleger. Chibiusa. Futterbeschäftigung. Ja, da holen wir euch jetzt auch mal noch was. Bei den Koalas haben wir jetzt ja keine. Können wir jetzt nicht weitermachen. Äh, westliches... Westafrikanischer Löw. Oh je. So, Futterbeschäftigung. Da haben wir ja ein paar Sachen eigentlich. Wir haben doch, glaube ich, irgendwo... Das Ding auch, oder? Weiß ich nicht mehr. Aber wir legen euch nochmal so ein Ding rein. Kann man nicht einfärben. Und zwar hier oben. Das könnt ihr dann schön runterschmeißen. Ja. Ja, umso mehr es sind, umso mehr Zeug soll ja auch da sein für euch, ne? Das ist halt auch so. Das ist so eine Sache. Und das hier unten. Warte mal, wo haben wir denn... Wir haben hier die... Wir könnten hier auch noch was hintun. Das hier ist doch schon ein Blutkürbis, oder? Genau. Das ist schon einer. Hm, was könnten wir denn noch dahin machen? Etwas, was uns nicht den Boden komplett kaputt macht hier. Na gut, oder wir wollen doch einen zweiten. Ah, ich glaube, das macht uns den Boden kaputt, oder? Hm. Naja, es geht. Das da war echt noch in Ordnung. Machen wir auch mal rein. Schade, die Karte geht immer noch an. Ja. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ein paar wichtige Kleinigkeiten. Und ja, euch noch viel Spaß bei einem anderen Video. Und beim Selberspielen von Planet Zoo. Tschüssi. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020